Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich war auf der Suche nach etwas. Doch wusste ich nicht genau, was es war. So ging ich durch Gänge, die mir sehr vertraut schienen. Gänge und Türen, wie ich sie vorher schon einmal gegangen bin. So ging ich eine ganze Weile. Durch Gänge, durch Türen, durch Türen und Gänge. Doch dann überkam ich ein Gefühl der Ingewissheit. Und dazu diese Stimme in meinen Kopf. Tarik, mein tapferer Krieger. Komm zu mir. Komm zu mir. Ich kann dir den Ruhm und die Macht und das Gold geben, nachdem du verlangst. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Bis zum nächsten Mal.